Crazy, ne? Wir ziehen um, Björn. Was alles möglich ist, das ist unglaublich. Wir ziehen um. Interessiert jetzt ja auch nur die Leute, die uns zusehen, ne? DRW Versteher. Dein Podcast im Recording-Blog. Mit Björn und Jonas. Guten Tag. Herzlich willkommen zum literarischen Duett hier auf dem... Nein, natürlich nicht. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom DRW Versteher-Podcast. Jetzt bin ich schon fast über meine eigene Zunge gestolpert, weil ich nämlich gerade die große Freude wieder hatte, Quarkbällchen endlich wieder in den heiligen Hallen unseres lieben Freundes, den goldenen Ohren von Holtwig, dem lieben Björn Schlüter genießen zu dürfen. Schön, dass ich wieder da sein kann. Ich freue mich wirklich sehr und erzähle auch gerade, warum das extra gut ist. Aber erst mal Du. Also extra gut ist ja alleine schon, dass ich Dich, lieber Jonas, hier wieder begrüßen darf. Live und in Farbe. Ja. Mit Kaffee, mit Quarkbällchen und ich hätte es jetzt natürlich eigentlich in die Kamera halten müssen, aber ich habe es unten stehen lassen an der Kaffeemaschine, dem Geschenk, was Du letzte Woche schon, nicht letzte Woche, letzte Mal schon in die Kamera gehalten hast. Ja. Die Röstbar, wie hieß die nochmal? Maries Mischung? Maries Mischung oder so ähnlich. Der Espresso auf jeden Fall. Dafür hast Du uns ja einen schönen Lavazza hier, also keine Schleichwerbung. Nee, das ist ja jetzt kein Lavazza mehr. Achso, genau, der letzte war Lavazza. Dieser hier ist? Das ist jetzt Chocolate Chill Out von Four Dudes. So, Four Dudes, also für Dudes oder? Nee, vier Dudes. Verdammt. Naja, in diesem Fall ist es jetzt für Dudes, also Prosit auf alle. Und tatsächlich ist es ja ganz besonders, dass ich hier sein darf, weil ich tatsächlich vor zwei Tagen noch richtig flach gelegen habe und richtig Angst hatte, dass so meine Planung für die nächsten zehn Tage so richtig durch den Band geht, durch den Busch geht, weil ich plane eigentlich nächste Woche dann nach Süddeutschland zu fahren und den Andi vom Weihnachtsstudio zu besuchen. Da wollen wir eine Masterclass aufnehmen. Liebe Grüße an dieser Stelle, lieber Andi. Und da hat er dann schon echt, oh Gott, wenn du jetzt Corona hast, dann liest du zehn Tage flach. Was hast du, kannst du nichts machen irgendwie, die ganze Arbeit bleibt liegen und so weiter und so fort. Aber dann war jeder Test negativ und erst nachher lach ich richtig flach. Beim zweiten habe ich schon gedacht, was ist jetzt schlimmer, der abklingende Husten oder die Rückenschmerzen vom Liegen irgendwie. Und als ich heute Morgen aufgestanden bin, habe ich gedacht, so, die wundersame Heilung des Herrn Wagner. Ja, habe ich auch gedacht. Da fahre ich doch mal wieder zu Herrn Schlüter hin und freue mich sehr über die Autofahrt im schönen Wetter. Und zum anderen, ja, ich weiß, man soll nicht zu viel Auto fahren, aber es ist halt deutlich schöner, wenn man hier mit dir zusammensitzen kann. Ja, definitiv. Und deswegen ist die ultimative Lobhudelei an dieser Stelle vielleicht zu Ende, aber von Herzen geht sie über die komplette Folge weiter. Weiter. Ja, also es endet ja nicht mit dem Ende des Podcastes. Nein, ganz im Gegenteil. Wir haben ja gerade schon festgestellt, dass wir eine ganze Menge zu erzählen haben. Wie lange haben wir uns jetzt persönlich nicht mehr gesehen? Das müsste knapp vier Wochen sein. Ich glaube, das letzte Mal waren wir vor einigen Wochen auf der BeatCon. Und dann haben wir ja dementsprechend dann nach der BeatCon noch einmal einen Podcast zusammen aufgenommen. Ja, genau. Und dann leider remote, wo du nicht Corona hattest, aber bei dir zu Hause Corona war. Meine ganze Familie Corona hatte, aber in dem Zusammenhang, der liebe Timo hat die letzte Folge vom Podcast gehört und uns schöne Grüße geschickt. Also Grüße auch an dieser Stelle wieder zurück, Timo, falls du hören solltest, hier aus den, ja, mir fällt nichts anderes an, aus den heiligen Hallen hier in Holtwig. So, nennen wir es mal so. Halle. Auch wenn das weit weg ist von einer Halle. Das stimmt, zum Glück. Stell dir mal vor, was der Markus hier an Akustikmodule reingepackt hätte, wenn das eine Halle gewesen wäre. Ja, tatsächlich. Dann würde ich heute noch Teller waschen irgendwo wahrscheinlich. Ja, es war ja auch eine Küche früher. Also von daher würde das ja sogar tatsächlich passen. Aber du hast gerade, ich habe dich gerade beim Mastern noch erwischt, als ich hier angekommen bin. Ja, heute war alles so ein bisschen knapp. Ja, war aber schön, dir zuzuhören, weil die Musik war ganz cool irgendwie und dir mal eben kurz bei der Arbeit über die Schulter zu schauen, hatte mal wieder Spaß gemacht. Ja, sehr schön. Ja, es waren die letzten Züge ja zum Glück, sodass ich dir ja nicht so viel Zeit hier geklaut habe, sozusagen. Ja, passt schon. Aber es war ein sehr toller Track auf jeden Fall von einem Produzenten aus Österreich. Liebe Grüße gehen raus an den Liam von In The Zone Studios. Okay, In The Zone. Genau, an dem Track habe ich... Ich dachte, das wäre hier. In The Zone. Ja. Ne, hier ist Storia. Hier ist Storia In The Zone. Ich habe letztens auch eine Nachricht bekommen, warum eigentlich Storia? Ist ja auch eine berechtigte Frage, ehrlich gesagt. Genau, also witzigerweise, ich habe ja auch italienische Kunden und für die ist das ja immer total klar. Also auch wieder liebe Grüße an den Liam. Ricky, der ist Italiener und betreibt aber ein Restaurant in Düsseldorf. Okay. Und er wusste natürlich direkt, was Storia Mastering ist. Und Storia bedeutet nämlich Geschichte. Ach so, hier Storia. Storia, okay, alles klar. Und seinerzeit, seinerzeit ist auch ein tolles Wort, ne? Ja, damals 1871 vor Wadalow. Letztlich, nein. Ich habe mit einem Kollegen hier aus Holtwig vor ein paar Jahren eine Firma gegründet und die heißt, die Firma gibt es nicht mehr, aber die hieß Storia Music. Und ich war zu der Zeit dann aber auch auf der Suche so nach dem Studionamen. Ich habe immer einfach nur unter meinem Namen gearbeitet sozusagen. Storia Mastering. Genau. Ist wenig international, ne? Mit Umlaut und so. Genau, das ist total Katastrophe. Also deswegen, sagen wir immer alle, du musst eine E-Mail-Adresse machen, wo dann dein Name, äh, ich habe immer gesagt, ja, aber das versteht keine Sau. Wenn ich, jo, ehren, klar, also ich sage mal, der geneigte Deutsche oder Europäer wird das vielleicht noch irgendwie kapieren, aber die Amis sagen dann auch, hä, was ist das denn für ein Name, ne? So von wegen, habe ich letztens nochmal wieder gehört, irgendwo in irgendeinem Workshop, so, das ist mal ganz wichtig, so Kundennähe, dass derjenige weiß, mit wem er schreibt, wo ich so denke, bei einem Einzelunternehmen wird es wohl nicht so schwer sein, rauszufinden, mit wem man schreibt. Und da kann man da auch Info, also wenn ihr mir mal schreiben wollt, Info. Info-Historia-Maßregion.com, genau. Aber Björn klingt ja immer so ein bisschen skandinavisch und so ein bisschen, ne? Weißt du, was der Name bedeutet? Björn? Ja. Nein. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, aber ich hatte als Kind bei mir im Zimmer, gibt es doch immer so den Namen und dann darunter so zwei Sätze, was der bedeutet angeblich. Ja. Ich habe das noch nie geprüft. Liebe Leute, überprüft das mal, ob das stimmt. Da stand immer, der starke Bär. Der starke Bär? Der starke Bär. Das trifft es ja in allen Maßen. Ja, vor allem. Das ist ja quasi so eine Art Papa-Bär. Ja, außer Papa zu sein, aber ansonsten, so seitlich, ausladend, kommt das schon manchmal ganz gut hin. Wir hatten einen Kollegen, der hieß auch Björn, den haben wir immer Burn genannt. B-U-R-N. Das ist ja vielleicht noch eine passende Abkürzung. Vielleicht legst du die E-Mail-Adresse einfach mal für die Eingeweihten ein. Du kannst ja eine Weiterleitung machen an Info, ne? Burn at storiamastring.com. Es gibt ja eine Firma, in Düsseldorf sitzen die, die machen Grills und Grillzubehör und die heißen Bernhard. Das finde ich auch mega geil. Da habe ich auch noch nie zu Ende recherchiert, ob es da wirklich jemanden gibt, der Bernhard heißt. Weil das fände ich halt super geil, wenn der Geschäftsführer halt Bernhard heißen würde. Ja. Und seine Firma halt Bernhard. Das fände ich fantastisch. Wir haben diesen Björn dann auch tatsächlich später Bernhard genannt, weil Bern war zu kurz und ließ sich nicht gut rufen. Aber Bernhard war dann Bernhard. Aber hier im Münsterland gibt es ja tatsächlich eine Historie zu dem Namen Bernhard. Also Bernhard habe ich jetzt gesagt, im Münsterländischen Platt quasi. Bernhard. Bernhard, ne? Und Bernhard, dann gab es die Abkürzung von Bernhard ist Natz oder Natze. Und dann ging es jetzt darum, meinem Sohn den zweiten Namen zu verpassen. Also Jonathan war schon klar, aber ein zweiter Name. Welcher, welcher Name? Man guckt ja immer so bei den Großvätern. Du kamst zu meinem Großvater, kamst du dann. Und mein Großvater hieß Bernhard. Und mein zweiter Name ist auch Bernhard. Und da habe ich gedacht, naja, Bernhard kannst du jetzt auch nicht machen. Ja, was cool ist, muss ja irgendwie dabei sein, weil Bernhard ist jetzt wirklich schnall lahm irgendwie sonst. Und dann fiel uns ein, der Spitzname von meinem Opa ist ja Natz. Dann haben wir gesagt, Natz, kann man den Sohn dann wohl Natz nennen? Ich meine, geht das beim Amt durch oder so? Und dann kurz in Münster geguckt. In Münster gibt es den Natztierweg. Also das war ein berühmter Schriftsteller im Münsterland. Und gesagt, wenn es da eine Straße gibt. So, also, Jonathan Natz bitte. Ja, ja, klar, kein Problem. Also noch nicht mal eine Diskussion oder sonst was. Irgendwie so willkommen in Münsterland. Ja, Jonathan Natz. Sehr schön. Und ja, so kann man auch zu einem Spezialnamen kommen, den nicht jeder hat auf jeden Fall. Und trotzdem eine kleine Reminiszenz an seinen Ur-Urgroßvater. Ne, Urgroßvater. Mein Spitzname, also ich komme aus dem Sauerland, das wissen mittlerweile vermutlich dann auch alle, so oft wie ich darüber spreche. Und mein Familienname ist ja Schlüter. Und da gab es jetzt keine, also ich sage mal, es gibt ja viele Familiennamen, die eine Bedeutung haben. Also die aufgrund von Berufen oder von... Wagner ist ja zum Beispiel derjenige, der, glaube ich, den Rahmen, das Wagenrad gemacht hat. Der Wagner oder der den Wagen geschlagen hat. Ja, kann sein, genau. Der Wagner. Und bei Schlüter gibt es das halt nicht. Und meine Familie, beziehungsweise mein Vater und mein Opa, väterlicherseits, die haben den Spitznamen Drovis. Drovis? Drovis. Ich habe das nie hinterfragt als Kind, wenn du irgendwo rumgelaufen bist. Rüten, der Ort, wo ich herkomme, ist jetzt auch nicht groß. Das ist eine Kleinststadt, sozusagen. Und da läuft es halt rum, ach, der kleine Drovis. Und ich habe das nie hinterfragt. Bis heute eigentlich noch nicht. Aber was heißt das? Weißt du es? Nee, das Problem ist, alle, die ich fragen könnte, gibt es nicht mehr. Also väterlicherseits. Aber Schlüter klingt doch nach der Schlüter. Das muss doch irgendeiner gewesen sein, der mal was gemacht hat irgendwie. Ich muss da nochmal, es gibt doch so, mittlerweile kann man doch ziemlich krass diese... Genealogie oder wie das heißt. Genau, und du kannst ja auch Ahnenforschung irgendwie, was weiß ich, über das Internet glaube ich sogar irgendwie machen. Gegen Geld kannst du heutzutage natürlich fast alles im Internet machen. Fast alles. Fast alles. Naja, kannst du zumindest die passenden Termine überbuchen. Okay, vielleicht ist das die Aufgabe für unsere Zuhörer und Zuschauer und vielleicht auch für uns auch, vielleicht fürs nächste Mal herauszukriegen, was war denn die Berufsbezeichnung des Schlüters? So, dann können wir das ja mal ein bisschen herbeiführen. Und ja, musikalisch war es tatsächlich so, dass ich diese Woche, trotzdem ich da niederlag, noch einen Auftrag dringend weg machen musste. Ich musste noch für einen Künstler, musste ich noch einen Tour-Trailer bauen. Und der Künstler hatte schon was eingesprochen, kam dann relativ kurzfristig. Und ich musste dann immer eine Musik drunter legen. Ja, du weißt ja, was da am liebsten gefragt ist, meine Lieblingsaussage. Du machst das schon. Ja, welche Musik denn? Welche Musik stellt ihr euch denn vor? Ja, du machst das schon. Ja, toll. Und ich muss dann hinterher, ich schlage dann was vor. Nee, aber das gefällt uns nicht. Und dann wieder was an. Nee, aber das gefällt uns nicht. Nee, so egal. War aber nicht so. Habe ich also ins Regal gegriffen, habe irgendwas genommen, was ich schon mal gebaut habe. Einen harten Rock-Song irgendwie so. Und war jetzt so und habe den Song genommen, da drunter gepackt und die ganze Zeit packte so die Snare durch. Und das ist natürlich extrem nervig. Der Künstler spricht, macht so seine Ankündigung und die ganze Zeit hörst du im Hintergrund back, back, back. Die Snare knallte immer durch. War so ein harter Rock-Song. Was ich neulich gemacht habe hier, als ich den kleinen Thunder, Vulkan O5, Vulkan 5O-Amp gezeigt habe. Da hatte ich aus Addictive Drums irgendein Metal-Kit genommen und so weiter. Ich also in die Addictive Drums rein. So, die Snare runtergezogen. Hm, Snare wurde gar nicht leiser. So, in die Snare rein, also die hatte ich auf einen separaten Kanal gezogen. Okay, dann da runtergemacht. Wurde gar nicht leiser. Geguckt irgendwie bei den Einstellungen, bei den Overheads. Jetzt wird sie leiser, aber packt immer noch irgendwie. Und dann echt eine Stunde gefummelt. Nix gefunden, schon mit Klippern drauf. Und mit allem, was irgendwie so transient wegschleift. Alles was geht irgendwie. Und nix wollte funktionieren. Bis ich irgendwann in dem Set gesehen habe, dass da auf einem weiteren Sample-Pad noch so ein Klick-Sound draufstand. Der halt den Attack an die Snare dran bauen sollte. Weil die Snare selber, das Snare-Sample hatte nicht genügend Attack. Also haben die nochmal parallel auf einem anderen Pad nochmal runtergezogen. Das war's. Dann erstmal alles andere wieder zurückgedreht. Gibt es natürlich demnächst dann ein Video zu, wo ich erkläre, wie du deine Attack an deine Snare ran kriegst, ohne das mit dem Transient-Designer zu machen. Ist klar, das ist ja die Erkenntnis dann daraus, dass das also auch mit so einem Sample geht. Aber wo ich dann wirklich gedacht habe, da wäre ich jetzt im Leben nicht drauf gekommen, dass sie noch ein zweites Sample parallel geschaltet haben. Und ich habe fast eine Stunde gebraucht, bis ich das gefunden habe. Und das auch noch mit einem leichten, grippalen Infekt. Ich war komplett marode. Ich war komplett hinüber. Ich habe eh schon kaum gehört. Irgendwie war ich froh, dass ich das einigermaßen hingekriegt habe. Und höre dann wirklich diesen Track. Hör den so oft ganz leise ab, wie du es machst, wenn du überprüfst, ob die Stimme dann auch wirklich sich noch genügend gegen die Musik absetzt. Weil bei Podcast-Werbung ist nichts schlimmer, als wenn die Musik so laut ist, dass du den Sprechenden nicht verstehst. Also ich den ganz leise, auch hier über meine Aura-Tons, die du ja auch stehen hast, meinen Aura-Ton nochmal gemacht. Und höre die ganze Zeit im Hintergrund. Back. Back. Oh. Und dann findest du es nicht. Und ich gucke auf dieses Addictive Jumps und irgendwo so rechts im Augenwinkel. Was blinkt denn da noch? Weißt du, wie man das vermeiden kann? Verzähl. Einfach einen richtigen Drama. zu engagieren. Aber komm, die Überleitung. Also die Überleitung war jetzt nicht schlecht. Die war nicht schlecht, aber pass auf, ich verrate dir, dass das Bass-Jump-Pattern, ob du das wohl hättest spielen können? Also wirklich, ich weiß gar nicht, wie man sowas programmiert. Das ist eine Frage des Editing. Es gibt ja Leute, die das tatsächlich spielen können. Wo ich wirklich fasziniert bin, die da wirklich, also ein Maschinengewehr kann nicht schneller schießen. Irgendwie, die wirklich ein Tempo und eine Präzision spielen können auf der Doppelmaschine. Wo ich wirklich blass werde. Aber es sind deutlich weniger, als man denkt, die das können. Wahrscheinlich. Spielen die mit Rebounds dann wahrscheinlich auch, um das doppelt hinkriegen? Oder vierfach hinzukriegen? Ja, du spielst, ja im Prinzip spielst du ja auch Double Strokes auf der Bass-Dram oder sowas. Oder wenn du Double Stroke mit dem Fuß spielst, für die, die sehen meinen Fuß jetzt immer, dann spiele ich spitze Hacke. Didik, kann ich spielen, wenn ich einen Double haben will. Didik, didik, kann ich links und rechts machen. Didik, 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 kann jeden doppelt spielen. Aber ich glaube in dem Tempo... Aber wie machst du das denn mit der Hacke? Du machst, du setzt die Spitze aufs Pedal auf und danach direkt die Hacke. Didik. Hast du nicht gespielt? Ne. Jetzt bringe ich dir einen Trick bei am Schlagzeug. Auch nicht gespielt. Ich spiele da Doubles ganz anders, ne? Ja, du spielst die wahrscheinlich... Ja, du kannst die ja wahrscheinlich ganz anders... Also die Spitze ist die sogenannte... Ich weiß gar nicht, ob sie offiziell so heißt, die Slide-Technik, dass du halt auf dem Pedal links und rechts... Also rechts, links. Ja, genau. Und ich spiele das halt, ich habe das dann auch bei mir beobachtet, dass das so ein Mix wurde, ne? Aber die einzige... Weißt du, woran das liegt? Ne. Weil du spielst den Vita ins Fell rein. Ja. Also Burying, ne Burying, wie spricht man es aus? Genau. Begraben. To Burry, ja. Burying, Burying, den Vita, genau so nennt man es ja. Begräbst den Vita, ja. Genau, also ins Fell rein und ich spiele ja ganz normal mit Rebound. Ja. Also ich... Ja, stimmt, du lässt das Pedal ja nicht am Fell. Ganz genau. Ja, genau. Naja, ich habe das aber damals, als ich das lernen wollte, habe ich bei YouTube ein Video gefunden, wo der Typ dann zeigte, okay, du spielst dann einfach spitze Hacke. Also du spielst mit der Spitze das Pedal und spielst mit der Hacke direkt hinterher. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Aber das ans Rollen zu kriegen, ist ja dann schon wirklich und dann in diesem Tempo, also wie gesagt, um das abzukürzen... Das ist ja wie mit den Händen auch, ne? Also letztendlich, das ist alles Übungssache. Also es gibt doch so Geräte, die sehen aus wie so Übe-Pads, aber die haben im Prinzip einen Kontaktzähler. Weißt du, worauf ich hinaus will? Wir zählen also jeden Kontakt. Genau, wie oft du tatsächlich dann, weil es ist ja irgendwann auch schwierig zu trennen, also du kannst ja irgendwann nicht mehr mitzählen, wenn du siehst, wie schnell einige dann Doubles spielen können. Dann wird es natürlich schwierig und es gibt so, ich weiß gar nicht, ob das richtig Geräte sind oder die dafür auch entwickelt sind, keine Ahnung. Irgendwer wird es bestimmt wissen von unseren Hörern, aber gesehen habe ich das jetzt schon mal häufiger in irgendwelchen Videos und erzählt da halt einfach das Ding, okay, wie viele Schläge schaffst du in 60 Sekunden oder in 30 Sekunden? Ich frage mich an der Stelle, ob man bei solchen Sachen noch mit Slate Trigger zum Beispiel, mit so einem Trigger-Plugin arbeiten könnte, weil bei Trigger ist es ja so, dass du so eine Einstellung hast bei dem Plugin, wo du dann sagen kannst, ab wann es ein Doppel-Plugin ist. Also wenn du ein Pedal spielst, dann interpretiert er manchmal dahinter noch so einen Phantom-Schlag. Also kannst du ihm sagen, nach dem Schlag so eine gewisse Latenz, was weiß ich, 100 Millisekunden musst du warten, sonst ist es irgendwie ein Phantom-Schlag, damit du nur eine Bass-Jump hörst und wenn das Plugin 2 spielen würde oder so. Aber bei dem Tempo, da liegen ja zwischen den Schlägen vielleicht 10 Millisekunden oder 50 oder maximal oder so. Ich frage mich, ob man da wohl mit einem Sample arbeiten könnte, aber das nur am Rande. Auf jeden Fall habe ich dann diesen Auftrag noch fertig gemacht irgendwie und die Musik ist auch relativ leise hinter den Gesang, hinter den Gesang wollte ich gerade sagen, hinter die Sprache gemischt irgendwie, weil ich gedacht habe, okay, bei Podcast ist es schon extrem nervig, wenn die Musik so laut ist und du verstehst dann die Sprechenden nicht. Und kriegst du dann als Feedback zurück, ob ich die Musik nochmal leiser machen kann und ich habe schon gesagt, oh Gott, das ist doch schon so leise. Ja, ich überlege noch, was ich mache. Ich mache es einfach in DB leiser. Also ich würde einfach den alten Trick, die Datei umbenennen in V2 und nochmal rausschicken. Der alte Phantom-Trick, so besser? Ja, mega. Um Längen besser, nur den Dateinamen geändert. Ja, du, seitdem ich das mache, habe ich kein Problem mehr mit Revision. Kannst du doch hier nicht verraten. Achso, ja, stimmt. Mensch, du bist doch ein Pro. Apropos, ich brauche gleich nochmal eine Revision von deinem Kaffee hier, der schmeckt sehr gut. Wir haben ja, das ist ja das Schöne, wir haben ja heute einen großen Haufen Quarkbällchen aus Sicherheitsgründen. Ich habe extra zehn Stück mitgebracht. Aus Sicherheitsgründen, muss man natürlich sagen. Man darf auf keinen Fall out of Quarkbällchen fallen. Genau. Ich denke da an die Quarkbällchen-Knappheit von 1977. Wer erinnert sich nicht? Die berühmte. Ja, als es das Quarkbällchen-Fahrverbot gab auf der autodeutschen Autobahn. Ja, genau. Da durften ja keine Quarkbällchen mehr gefahren werden. Oh Mann, das waren Zeiten. Das waren nur Zeiten. Dagegen geht es uns heute richtig gut. Apropos gut. Oder auch nicht so gut. Ich habe jetzt tatsächlich wirklich bis jetzt darauf gewartet, wann denn wohl die Strompreiserhöhung bei uns zu Hause ankommt. Weil ich habe so einen Jahresvertrag mit unserem Ökostromanbieter. Ich glaube, ich habe schon mal darüber gesprochen, dass ich mich ja darüber wundere, ob Ökostrom wohl teurer wird. Weil der war ja vorher schon teurer. Und warum soll der jetzt noch teurer werden? Weil der kostet ja das gleiche in der Herstellung wie vor dem Jahr. Aber der wird ja eben nicht nach dem Herstellungskosten bewertet, sondern nach dem, wie er am Markt gehandelt wird. Und kriegten wir jetzt tatsächlich den Hinweis, dass wir ab 1.1. des nächsten Jahres jetzt mehr zahlen müssen. Also ich blicke momentan nicht durch. 300 Prozent. Also wenn es dreimal so viel ist, sagt man dann 300 Prozent. Boah, das ist eine gute Frage. Da tue ich mir auch immer schwer mit. Ja, also es ist dreimal so viel auf jeden Fall im Vergleich zu jetzt. Ich habe dann gesucht, was haben wir denn letztes Jahr eigentlich bezahlt? Und habe dann tatsächlich die Nachricht vom letzten Jahr noch in meinem Mailpostfach gefunden, wo drin stand, dass sie letztes Jahr noch wegen vergünstigster Netztransportkosten und sonst was irgendwie, habe ich noch drei Cent weniger bezahlt als im Jahr vorher. Und jetzt ist es von 24 Cent rauf auf 70. Wahnsinn. Und das ist echt, also ich weiß nicht, ob da jetzt eine Strompreisbremse demnächst noch kommt und ob das dann trägt irgendwie. Aber erstmal ist es das Dreifache. Das soll ja irgendwie, aber ich blicke auch nicht durch gerade, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe gestern noch mich mit meiner Vermieterin unterhalten. Also nicht hier vom Studio, sondern zu Hause von meiner Wohnung. Und da läuft es zum Beispiel, das Gas läuft über die Nebenkosten mit. Also es gibt keinen gesonderten Gaszähler für die Wohneinheit bei uns, sondern das ist solidarisch sozusagen, also auf die Quadratmeterzahl umgesetzt, umgelegt. Und da haben wir jetzt halt auch einfach mal, weiß ich nicht, was für eine Erhöhung wir da hatten, wie viel. Also ja, knapp 170 Euro mehr, glaube ich, im Monat oder so. Ja. Für uns. Und das ist jetzt aber ja auch schon wieder obsolet sozusagen, weil es ja jetzt im Dezember, der Bund ja die Energiekosten für alle übernehmen wird. Nein, nicht für alle. Ist das nicht mehr für alle? Nein, es ist nur für die Gaskunden. Wir heizen mit Öl. Glaub mal nicht, dass ich meine Heizkosten im Dezember bezahlt bekomme. Aber ist das nicht Heizen und Strom? Nein. Achso, nur Gas. Nur Gas, genau. Das heißt, du bekommst quasi den Anteil, den du an deinen Gasversorger bezahlen würdest, den zahlst du nicht. Das heißt, der Gasversorger stellt dir den nicht in Rechnung, sondern stellt dir den Bund in Rechnung. Was ja prinzipiell erstmal okay ist, weil die Beschaffungskosten für Gas sind ja gestiegen. Nur die Leute, die mit Pellets heizen oder die mit eigenem Strom aus der Solar-Photovoltaik heizen, mit Infrarot zum Beispiel. Oder Leute wie ich, die noch mit Öl heizen. Was heißt noch mit Öl? Die auch mit Öl heizen. Unsere Ölheizung ist brandneu eigentlich. Wir kriegen nichts. Das heißt, wir zahlen solidarisch zwar mit über die Steuern. Finde ich aber okay, dass ihr das macht. Ja, voll nett von uns. Nein, also... Vor allem, dass ich mich nicht darüber beschwere. Wer bin ich denn, dass ich meinen Tank für den dreifachen Preis voll machen musste im Vergleich zu vorher, aber jetzt zumindest über die Gaspreisbremse nicht beteiligt bin. Geschenkt, ich will mich gar nicht aufregen. Ich kann aber was Positives noch sagen. Ich kann aber was Positives zum Thema Energie erzählen. Jetzt kommt's. Wir haben nämlich schon Angst gehabt. Ich musste nämlich auch meinen Stromzählerstand hier im Studio ablesen. Oha. Und da habe ich letztens auch noch eine Nachricht zu bekommen. So analog versus digital und so. Normalerweise gehe ich da gar nicht mehr drauf ein, auf diese Nachrichten, wo ich dann so denke, ja, dann halt bekehr mich jetzt nicht oder brauchst mich nicht bekehren. Beim Sound. Ja, ich weiß, dass Plugins auch so klingen und so. Alles gut. Will ich gar nicht drüber diskutieren. Aber jetzt kam dann auch... Das stimmt ja gar nicht. Jetzt kam ja dann das Argument hier auch mit den Energiekosten. Weil wenn man jetzt so ein, zwei, fünf, sechs, sieben Geräte dann mehr anhat, das wäre ja eigentlich auch nicht vertretbar. In einer zu Krisenzeiten. Ja, das stimmt. Prinzipiell. Prinzipiell finde ich das super. Ich habe auf jeden Fall meinen Stromzählerstand abgelesen letzte Woche und habe gestern Bescheid bekommen. Ein neues Dokument liegt in ihrem Kundencenter wie auch immer vor. Und ich hatte schon richtig Angst, weil ich dachte, ha, Mensch, steht ja dann auch eine Menge Kram rum. Jetzt mit den, gut, die M4s hatte ich jetzt schon über ein Jahr, aber die M4s, die ziehen natürlich auch an die Strom. Ja, Ende vom Lied, ich kriege 55 Euro wieder. Weil du weniger verbraucht hast. Weil ich weniger verbraucht habe. Woran liegt das? Und jetzt habe ich mir schon eine gute Antwort überlegt an denjenigen, der mir da diese Nachricht geschickt hat. Ja, die hört er ja, jetzt brauchst du ja nicht mehr schicken. Aber ich werde sie auch nicht schicken. Ja. Ich hätte sie auch nicht geschickt. Denk sie doch laut. Genau, ich erzähle sie jetzt einfach allen lieben Podcasts zu hören. Nämlich ohne die analogen Geräte hätte ich zwar insgesamt in der aktiven Zeit weniger Stromverbrauch, ich hätte aber viel länger gebraucht. Ah, ja. Um an das Ergebnis zu kommen. Das heißt, ich hätte am Ende des Tages Strom nachbezahlen müssen wahrscheinlich. Das wäre ja gar nicht gut gewesen. Ich habe ja tatsächlich mich auch viel damit auseinandergesetzt, mit Strom sparen und so weiter und so fort. Und letztendlich ist es schon spannend, was man machen kann, was man nicht machen kann, was man technisch machen kann. Vor allem, wir sind ja auch sehr bequeme Menschen und so weiter. Ich habe mich viel mit Heimautomation auseinandergesetzt. Das heißt, bei uns zu Hause wandert so Stück für Stück so Technik ein, die ich automatisieren kann. Zum Beispiel von unserer Außenbeleuchtung. Wir haben eine Außenbeleuchtung, die ist halbautomatisch. Das heißt, sie hat draußen so einen Lichtsensor und sobald es draußen dunkel wird, ab einer gewissen Dunkelheit, geht draußen die Beleuchtung an. Aber die scheint durchgängig. Also die ganze Nacht. Muss sie aber eigentlich gar nicht. Also habe ich jetzt so einen kleinen Shelly, heißen die Geräte, so ein Internet of Things Ding, mit dem du Schalter schalten kannst. Das habe ich genommen und habe ich dann reingebaut und habe dem gesagt, pass auf, abends ab 11 Uhr machst du wieder die Außenbeleuchtung aus. Und morgens um 5 machst du sie wieder an, wenn der Zeitungsträger kommt, dass der sich nicht auf die Nase legt, sondern auf der Treppe. Das heißt also, jetzt spare ich schon mal durch den kleinen Shelly, den ich dann auch zeitlich programmieren konnte, spare ich jetzt halt zwischen 23 und 5 Uhr, 6 Stunden lang Strom. Und wir haben ein großes Haus, da sind viele Lampen drum herum gebaut, die sind dann aus. Praktisch. So auf jeden Fall. Und mich dann noch mehr damit auseinandergesetzt und dann im Prinzip aber gelesen, dass die wichtigste Einsparquelle nicht solche Tools sind oder Heizungsregler, die intelligent sind oder sonst was irgendwie, sondern wir und unsere Gewohnheiten. Das heißt, gewöhn dich daran, Sachen auszumachen, die du nicht so brauchst. Ja, Licht auch. Ja, das heißt, die Standbys ausmachen, ich habe zum Beispiel bei uns im Wohnzimmer läuft natürlich der Fernseher, der Receiver, die Amazon Firebox, der, was nicht alles noch, irgendwie läuft alles im Standby, alles über eine Steckdose. Habe ich jetzt auch eine intelligente Steckdose dran gemacht, die auf jeden Fall entweder von Hand geschaltet werden kann oder die einfach tagsüber von 2 Uhr nachts, also ich gehe spätestens um 2 Uhr ins Bett, von 2 Uhr nachts bis morgens um, bis mittags um 14 Uhr. Wer sollte in der Zeit fernsehen? Einfach kein Strom liefert so. Das heißt, diese kleine Zwischenschaltsteckdose braucht zwar Strom, aber der Rest ist halt aus. Sind im Standby trotzdem 12 Watt gewesen. Jetzt kann man sagen, ja, 12 Watt kann man darüber diskutieren oder sonst so sehen wie, ja, aber ich habe sie alle nur in Standby geschaltet, was ja erstmal eine gute Vorgehensweise ist, aber letztendlich auch diese Zwölfheit immer noch übrig gelassen hat. Ich sehe das auch so. Und vor allem auch zum Beispiel Licht ausschalten. Das ist ja auch so etwas, gerade Leute mit größeren Häusern oder größeren Wohnungen haben das Problem, kennen das Szenario überhaupt. Du gehst von einem Raum in den anderen, dann gehst du eben in die Küche, dann holst du da was. Dann gehst du wieder ins Wäschezimmer, weil du musst ja dann die Wäsche rausholen. Und ach, jetzt habe ich noch was vergessen. Und das Argument, ich weiß noch früher, hieß dann immer, ja, aber lass die Lampe aber an. Nicht immer ausmachen, das ist nicht gut für die Glühbirnen. War es ja auch damals nicht. Genau. Was ja nicht ganz unwahr ist. Oh, unwahr ist ein schönes Wort. Was ja nicht ganz falsch ist. Aber heutzutage mit den LED-Leuchtmitteln ist das völliger Quatsch. Unverkehrt. Also natürlich haben die auch beim 724.000 Mal Ein- und Ausschalten kann da auch was passieren. Kann auch beim siebten Mal passieren. Also die größte Gefahr, ein Gerät zu beschädigen, ist tatsächlich beim Ein- und Ausschalten. Nicht während des Betriebes, sondern beim Ein- und Ausschalten. Aber weißt du, was dem entgegenspricht? Kinder. Schafft die Kinder an. Kinder können vieles, aber so Gewohnheiten kommen erst mit den Jahren. So mit der Awareness, dass man auch wirklich so, mit der Wahrnehmung, dass man auch wirklich was ändern kann und so weiter. Aber habe ich vielleicht auch schon hier erzählt, wiederhole ich aber trotzdem nochmal. Ich schalte ja bei mir im Studio jetzt sämtliche Boxen ab. Naja, genau. Das sind 200 Watt. Das ist die Hälfte des Stroms, den ich brauche. Und ehrlich gesagt habe ich schon fast mit dem Gedanken gespielt, mir jetzt doch noch ein Mac Studio zu kaufen, weil der einfach ganz wenig Strom braucht. Mein Selbstbau-Mac ist ein super Gerät, aber der braucht halt 200 Watt, wenn der läuft. Mit dem Monitor, mit allem und so weiter habe ich noch keine Lampe an im Studio. Das sind 200 Watt. Das heißt, ich gucke jetzt auch schon, dass ich die meisten Arbeiten mit meinem Laptop mache, weil der braucht 12 Watt. Das heißt, Mails, sonst was irgendwie haben wir, glaube ich, schon mal eine Rolle gesprungen, dass du das zu Hause machst und so weiter. Aber das sind halt alles Gewohnheiten, über die man spricht, wo man dann sagt, okay, da kann jeder im Kleinen was machen. Auf jeden Fall. Diese beknackten 12 Watt aus meinem Wohnzimmer, die bringen extrem viel und die ollen leuchten draußen bei mir an der Hausbeleuchtung auch. Das bringt auch an. Und deswegen bin ich jetzt sehr gespannt. Ich habe jetzt bei der letzten Abrechnung geguckt. Wir haben ein großes Haus und meine Frau und ich arbeiten ja zu Hause. Das heißt, wir haben nicht nur den üblichen Verbrauch für Haushalte, sondern wir haben auch Büroverbrauch zu Hause, weil wir halt auch zu Hause arbeiten. Ja, und Studio, ne? Und dann Lampen, ganze Gramm, ne? Ja, genau. Und meine Frau hat ja eben dieses Nähstudio, in dem sie halt den Leuten das Nähen beibringt und da halt auch extrem viel Videos aufnimmt. Also auch Lampen an und so weiter. Und deswegen haben wir einen Jahresverbrauch gehabt von 7000 Kilowattstunden, glaube ich. Ich glaube, ein Haushalt mit vier Personen braucht normalerweise 4000 Kilowattstunden. Jetzt würde ich die 3000 Kilowattstunden mal darauf schieben, dass wir auch zu Hause arbeiten, ne? Ja. So als relevant. Aber jetzt bin ich mal sehr gespannt mit der Umstellung meiner Gewohnheiten und der grundsätzlichen Gewohnheiten dafür zu sorgen, okay, alles klar, wir schalten einfach überall das Licht aus, wo es nicht gebraucht wird. Und bei meinem Sohn kommt dann halt auch so eine Automatiksperre rein, ne? Wenn der aus dem Kinderzimmer rausgeht und dann vergisst das Licht auszuschalten, dann geht es halt nach einer halben Stunde automatisch aus. Bupp. So, ne? Und dann bin ich mal sehr gespannt nächstes Jahr, also wenn wir in einem Jahr wieder hier sitzen und ich wieder darüber berichte, welche Stromabrechnung ich habe, ob ich es wohl schaffe, zumindest 1000 Kilowattstunden runterzukriegen. Dass man vielleicht so auf 6000 käme oder so. Ich bin gespannt nächstes Jahr, also so November 2023 machen wir dann schon gar kein Video mehr dazu, weil da zu viel Strom vorbraucht. Und wir sitzen auch... Deine Absorber sind offenes Feuer, damit wir nicht flieren. Ja. Die analogen Geräte sind alle verkauft. Ne, die sind an, weil die wärmen ja noch ein bisschen. Das ist günstiger oder was? Keine Ahnung. Ne, besser nicht. Also tatsächlich, so wärmend sind die alle gar nicht, meine Gerätschaften hier. Das wärmendste Gerät ist der DA-Converter davon, der Crane Song Solaris. Das ist tatsächlich... Weiß nicht, was da drin alles passiert. Da müsste man den... Wie heißt der? David Hill, glaube ich, müsste man mal fragen. Aber der wird so warm. Das ist unglaublich. Aber selbst die Röhrengeräte werden nicht so warm. Ja. Da fällt mir ein, dass du... Ich sehe gerade den ConiQ, den du da stehen hast. Den hab ich ja bei mir zu Hause auch noch stehen. Ich benutze den zwar nicht, aber ich hab den da noch stehen, weil ich den eigentlich mal zur Raumkorrektur benutzen wollte, die ja dann Neumann eingebaut hat in den Subwoofer. Und dann hab ich keinen Grund mehr gesehen dafür, den noch zu bauen, falls jemand einen ConiQ braucht mit Lizenz zum Einmessen bei mir melden. Aber... Der ist lohnt sich auf jeden Fall. Aber das Problem ist, das ist halt... Das ist nicht SonaWorks, ne? Das ist halt... Ich bin ja mit der Neumann-Einmessung komplett zufrieden. Also das machen wir uns nichts vor, ne? Ich persönlich für meinen Anwendungsbereich würde jetzt... Also es wäre schon fantastisch, wenn da noch mehr ginge. Also noch deutlich mehr ginge. Aber ich glaube, dass der Unterschied zwischen ConiQ und dem Neumann eher marginal wäre. Kommt halt auf die Veränderung an, die du machst. Also wenn du jetzt in einer Raumkorrektur, keine Ahnung, 6, 7, 10 dB-Kurven da mit nem EQ irgendwie reindrehst, das ist ja genauso wie im Mixing oder im Mastering oder was doch immer. Wir reden immer über so viele Sachen. Ist ja genau das Gleiche. Wenn du da... Wenn du jetzt ein Mastering-Plugin-EQ, du musst den kaufen, damit alles gut klingt, nimmst für 400 Euro und drehst 1 dB bei 10 Kilohertz High-Shelf rein. Ja. Und du nimmst jetzt deinen Stock-EQ oder einen Fettfilter oder was weiß ich und machst auch einen Shelf bei 10 Kilohertz und drehst 1 dB rein. Dann ist der Unterschied zwischen diesen beiden Veränderungen vermutlich kleiner, als wenn du jetzt mit jeweils... Ja, oder wenn du mit den gleichen Equalizern jeweils 5 dB rein drehst oder sowas. Ja, ja. Dann, weil... Also ich sage jetzt mal, da ist der Unterschied vermutlich größer und so ist es ja, wenn du jetzt so eine Raumkorrektur nimmst auch. Wenn du jetzt irgendwie... Guck mal, mein ConiQ, der ist sowas von unterfordert. Ja, weil dein Studio halt top ist, ne? Ja gut, aber der... Ich sag mal, als ich die Neumänner noch hatte, da war da auch zwischendurch eine ganz schön wilde Kurve mal drin in der Raumkorrektur... Was heißt eine wilde Kurve? Auch nicht, aber da war schon mal ein ziemlich starker Bassboost drin und sowas alles. Mittlerweile sind da, glaube ich, zwei Bänder aktiv, die irgendwie im Bellfilter jeweils 0,8 dB oder so rausnehmen irgendwo. So gut für den Raum. Also es spricht ja auf jeden Fall für die Arbeit des Raumakustikers hier. Für die Arbeit vom Lieben Markus. Ja. Genau. Aber ich schätze, wenn... Das könnte man vermutlich auch mit Sonaworks sogar machen oder so. Weiß ich nicht. Wobei, ne, stimmt nicht. Sonaworks finde ich richtig kacke. Ja, ich stelle mir halt die Frage, guck mal, der EconiQ, den ich gekauft habe, ist ja quasi das baugleiche Gerät zu deinem, ne? Aber der wird ja schon sehr lange gebaut. Also ich habe nicht den Eindruck, dass der verändert wurde in den letzten 20 Jahren, weil bei meinem steht noch 1900 irgendwas davor. Nee. Naja. Ist aber das gleiche Gerät. Also wenn ich den verkaufen würde, würde... Hast du ja noch den 2 Pro? Ja, ich meine... Das ist ja A, B, E, Q, 2 Pro und ich glaube, es gibt aber auch ohne 2, ne? Müsste ich jetzt mal nachgucken. Aber mein Gedanke war halt, nur die Technik vom ConiQ ist halt jetzt auch 20 Jahre hinter der Technik, die in meinem Subwoofer drin steckt. Unabhängig davon, ich will jetzt gar nicht besser oder schlechter reden oder so, ich will nur sagen, dass ich damit zufrieden bin, wo ich eigentlich hinwollte war, dass diese Woche Neumann neue Boxen rausgebracht hat. Ja, K-150, ne? K-150 und ich wusste sie gar nicht so richtig einzuhören. Ich habe sie nur kurz in einem Nebenbericht gesehen und habe gedacht, warte mal, 150, 310, 120, 80, 150... Hast du eine Idee, was das sind? Ich habe nur irgendwie bei Instagram oder irgendwo habe ich das nur gesehen. Ja. Aber ich habe bisher nicht genauer damit beschäftigt. Okay. So vielmehr ein Bassreflexsystem ist, glaube ich, eine 120er ein größer, also wahrscheinlich dann ein größerer, vielleicht der große Treiber aus der 300er oder sonst was irgendwie oder irgendwas dazwischen so. Soll ja so ein Ding zwischen den 120er und den 300er oder 310ern sein. Aber dann halt mit Bassreflex, ich habe mich ja bei mir explizit gegen Bassreflex entschieden, weil ich finde, dass das immer ein bisschen unkontrolliert klingt irgendwie. Und vor allem in so einem Raum, der nicht zu 100% optimiert ist, dass ich gedacht habe, nee, dann nimm lieber geschlossene Gehäuse. Mein Subwoofer ist geschlossen, meine K310 sind geschlossen, dass die einfach insgesamt ein bisschen kontrollierter klingen können bei mir im Raum. Ja, aber um vielleicht nochmal auf eine Mastering-Umgebung zu kommen, ich mache jetzt mal so einen richtig großen Twist. Okay. Ich habe für die Spuren des Monats, diesen Monat, den Mix, ich mache ja jeden Monat in den Spuren des Monats vom Premium-Bereich, mache ich ja selber einen Mix oder ich präsentiere den Mix von demjenigen, der den Song gemischt hat. Das ist also bei den Spuren von Jan Löchl zum Beispiel gewesen, da haben wir einen Mix aus einem Studio aus Hamburg gehabt und haben, erst habe ich den erforscht, irgendwie drei Stunden lang vor der Kamera und alles erzählt, was die gemacht haben. Und dann habe ich das mit Jan nochmal zusammen gemacht. Und ich finde es immer ganz spannend, mal auf Mixe von anderen Leuten zu gucken einfach. Wir machen das jetzt, wenn ich nächste Woche dann zum Andi von Weinyard fahre für die Masterclass, nehmen wir seinen Mix als Referenz, gucken und zeigen, wie er mischt und so weiter. Den habe ich übrigens gemastert, den Mix. Hat er mir verraten? Ich habe ihm gesagt, wir wollen aber die ungemasterte Version nehmen. Aber um das nochmal runterzubrechen, ich habe diesen Mix dann halt und habe dann gedacht, ja, das ist auch ein Song von Andi übrigens. Jetzt nochmal ein Gruß an der Stelle und vielen Dank auch an der Stelle. Der Song ist cool, der klingt so ein bisschen wie Dido. So, ne? Und dann gedacht, ja, mische ich den? Das sind nur 18 Spuren. Und dann habe ich bei Fiverr einfach mal geguckt, ob es wohl jemanden gibt, der das Ding mischt. Für vertretbares Geld. Aber vertretbares Geld ist entweder 15 Euro oder 1500 Euro gewesen. Und ich habe dann tatsächlich einen Mischer aus Norwegen gefunden. Und erst habe ich überlegt, ob ich das wohl für ein YouTube-Video nehme. So nach dem Motto, I hired a Fiverr-Mixer, what did he do? So ungefähr, ne? Und kriege ich den Mix dann zurück. Geiler Clickbait-Titel. Ja, ja, genau. So was irgendwie. Und habe den Mix dann zurückgekriegt und den weitgehend für gut befunden tatsächlich. War sehr spannend reinzugucken. Das ist so eine Vocal-Chain. Achso, er hat dir das gesamte Projekt dann geschickt, oder? Naja, ich habe dann noch ein bisschen Geld draufgelegt und er hat mir dann das komplette Projekt geschickt. Also insgesamt habe ich noch ein bisschen mehr bezahlt für den Mix. Aber es war immer noch mehr als vertretbar. Also absolut, ne? Dann in seine Automation reingeguckt. 0,1 Prozent. Also nur eine leichte Anhebung bei den Vocals am Schluss. Das war es irgendwie. Aber insgesamt fand ich den Ansatz halt interessant, weil er vor allem bei den Drums extrem viel mit Klippern gearbeitet hat. Und das ganze Ding auch echt laut war. Und worauf ich aber hinaus wollte war, also die Leute, die im Premium-Bereich sind, können sich auf diesen Mix auf jeden Fall freuen. Ich werde den auftröseln und werde dann noch zeigen in einem weiteren Kapitel, was ich geändert habe im Nachgang. Ich habe den Mix dann nochmal genommen und dann noch meine Anpassungen gemacht. Das ist dann mein Mix quasi mehr oder weniger gewesen ist. Und habe dann aber auf dem Schluss, auf dem Masterbus war Ozone drauf. Zum Mastering in Anführungszeichen, zum Lautmachen so. Und ich habe mich noch nie mit Ozone auseinandergesetzt. Ehrlich gesagt. Ich habe das, ich habe Neutron, benutze es nicht. Ich habe Ozone benutze. Das Einzige, was ich von Isotope benutze, ist die RX. Das RX-Bundle. So, ne? Zum Reparieren, zum... Mauf die Klicken. Mauf die Klicken, was auch immer. Also RX, wirklich ein sensationelles Paket. Wie Sie hören, hören Sie keine Schmerzer. Ja. Jetzt vielleicht. Mal gucken, ob Maustik-Klick das auch wegkriegt. Wenn du nichts hörst und sich nur mein Mund bewegt bei YouTube, weißt du was, Maustik-Klicker. Aber ich habe es noch nie benutzt. Und dann habe ich mir tatsächlich mal ein Isotope-Video angeguckt. Und habe geguckt, wie maistert man denn eigentlich mit Ozone? Und das war wirklich faszinierend, was der Typ, der drückte irgendwie auf Mastering-Assistent. Genau. Dann machte der noch drei Plugins rein. Eins für Bass-Fokus, also im Prinzip Mono-Maker. Dann ein Exciter. Das stimmt nicht. Low-End-Fokus ist kein Mono-Maker. Nee, was ist das? Dann erzähl was, was Bass-Fokus ist. Low-End-Fokus heißt das. Low-End-Fokus, ja genau. Beziehungsweise das Modul ist es ja. Gibt es aber auch als einzelnes Plugin. Und da hast du die Chance, eine Grenzfrequenz zu bestimmen. Das heißt, du hast im Prinzip einfach nur so einen Spectral Analyzer da. Und dann sagst du, keine Ahnung, 150 Hertz, kannst du ja auch jederzeit solo den Bereich unten anhören. Man könnte meinen, das sieht so ein bisschen aus wie der Imager auch von Ozone. Ja, okay. Der ja ein Mono-Maker sein kann, also Stereo-Maker oder Mono-Maker. Und dann ist es so, du hast einen Regler, der nennt sich Kontrast, glaube ich, für mich nicht alles täuscht. Weil jetzt habe ich natürlich den Mund voll genommen, ohne das Plugin zu sehen. Ich könnte es mal aufmachen und mir angucken. Nee. Muss jetzt aus dem Kopf. Nee, ich wollte, ja. Die Zuhörer können es ja auch nicht sehen. Ich weiß jetzt nicht alle Regler, aber es ist so, dass du da einstellen kannst, dass du, ich sage jetzt mal, mehr Punch hast. Beispiel, typisches Beispiel dafür. Genau, Punch und Smooth, glaube ich. Und Smooth, genau. Heißt, Anwendungsszenario 1 ist, du bekommst ja, also ich bekomme jetzt einen Mix fürs Mastering. Der E-Bass oder generell der tonale Bass ist jetzt sehr flächig, sehr Sustain-mäßig und sehr laut. Und die Bass-Rom ist sehr leise. So, das kann ich versuchen, irgendwie mit einem dynamischen EQ im positiven Bereich, also als Expander, irgendwie die Kick zu holen oder so. Aber dann kriege ich vielleicht doch zwischendurch mal ein bisschen was vom Bass ab oder sowas, vom tonalen Bass ab. Und in dem Fall könnte ich halt hingehen und sagen, okay, ich drehe halt Kontrast rein mit der Punch-Einstellung, sodass er dann diese Impulse anhebt, sozusagen im Bassbereich, unterhalb dieser eingestellten Grenzfrequenz. Aber nicht das Sustain. Und das Sustain nicht anhebt. Ah, fasziniert, okay. Aber das Plug-in ist wirklich sehr, sehr gut, hat eine unheimlich krasse Latenz, fast eine ganze Sekunde, glaube ich. Ich habe tatsächlich, ich habe original den Mix abgespielt, den er mir geschickt hat, drücke auf die Start-Taste, also bei mir die Leertaste, Song startet nicht. Wollte schon wieder auf die Leertaste draufhauen, dann fuhr er an, dann habe ich auf die Play-Taste nochmal draufgedrückt, dann lief der Song einfach weiter. Eine komplette Sekunde. Und das ist genau das, was du gesagt hast. Also irgendwie 900 irgendwas Millisekunden hat das Ding alleine Latenz. Genau, und das andere Anwendungsszenario wäre eben genau der Unterschied. Also du hast eine super laute Kick und der Bass ist leise, dann könnte man das nehmen, wobei, dann gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Also ich wollte nur darauf sagen, also dieses hat er dann auf jeden Fall noch reingeschoben, dann hat er die Stereo-Breite nochmal angehoben, dann gab es halt diesen Maximizer, der da drin ist und so weiter. War auf jeden Fall faszinierend und was ich am faszinierendsten fand, war eigentlich die Tatsache, dass du dann am Schluss auf diesen Knopf drucken konntest, dass du dann lautstärke angepasst den Unterschied hören konntest. Also der Maximizer macht ja am Schluss nochmal laut, das heißt, wenn du einen normal gemischten Song reingibst und der Maximizer macht dann nochmal 4, 5, 6 dB drauf, um es wirklich auf finale Lautheit zu kriegen, die du dann vorgibst, dass du dann aber lautstärke angepasst die Änderungen, die vor dem Maximizer stattfinden, auch nochmal A, B hören kannst. Das gilt übrigens ja nicht nur für den Maximizer in Ozone, sondern für alle Ozone-Plugins. Du hast immer, also du kannst die Ozone-Sachen ja als einzelne Plugins benutzen oder eben als Ozone-Suite, wo du dann alle Plugins als Module reinlädst und du kannst immer, du hast immer bei jedem Plugin unten rechts Gain-Match stehen. Finde ich auf jeden Fall faszinierend, dass man wirklich bürgen kann. Das ist immer gut, auch bei einem Stereo-Maker. Ja, ne, wenn einige Leute da total am Rad drehen und da irgendwie 150% Stereo-Breite reindrehen, dann wird das ja auch schöner, weil es ja auch deutlich lauter wird, weil du machst ja nichts anderes, außer das Differenz, also das Seitensignal anzunehmen. Ja, genau. Und du kannst wirklich überall, ist wirklich dieses Plugin oder dieses Suite ist genial von Ozone. Also ich bin deswegen eigentlich nur drauf gekommen und hab mich dann kurz damit auseinandergesetzt und hab mich dann tatsächlich gefragt, warum ich das bisher noch nicht benutzt habe, warum ich so engstirnig bin und immer nur meine Plugins benutze auf dem Masterbus und nicht dieses. Und ich werde jetzt, glaube ich, in Zukunft, vor allem wie Projekte jetzt zum Beispiel dieses Podcast-Ding irgendwie, du schickst ja nicht einen Podcast-Trailer, aber eben zum Mastering irgendwie, das machst du also nicht, das sind ja so in Anführungszeichen Wegwerfprodukte. Und hab da die Mucke dann eben durchgejagt und vor allem platt gebügelt, wirklich platt gebügelt, weil die muss ja, die darf ja die Stimme nun mal nicht übertünchen an den Stellen. Und das Ganze, also war wirklich, ich werde nicht Fan, sagen wir mal so, aber es war auf jeden Fall Beeindruckend, was die Software kann. Und hab dann im Vergleich dazu, also das war auch sehr interessant, der, der, in diesem Tutorial, der hatte dann auch noch mit Tonal Balance Control, also in dem Fall Master Balance, wer ist das? Tonal Balance Control. Ja, aber das gibt's auch für Master Balance Control, hieß das dann in dem Fall, es hieß nicht Tonal Balance Control, hat ja auf jeden Fall gesagt, das Schlagzeug ist mir hier noch ein bisschen zu weit hinten und hat dann auch mit so einem, wie bei Tonal Balance Control auch, nee, warte mal, nicht Tonal Balance, wie heißt das? Ach, Master Rebalance. Master Rebalance, genau, so hieß das. Hat dann bei Master Rebalance einfach das Drum noch ein kleines bisschen lauter gemacht und das, also das ist ja heutzutage wirklich beängstigend, wie tief man da einsteigen kann. Ja, das meinte ich eben, wenn ich zum Beispiel auch ein E-Bass oder einen tonalen Bass lauter machen will, Master Rebalance, entweder über RX, das ist ja einmal als Modul in RX. Ja, genau. Oder auch dann eben als eigenständiges Plugin auch da. Also wirklich faszinierend und in dem Zusammenhang dann auch nochmal interessant, ich krieg dir diese Woche, ich krieg ja immer mal wieder Anfragen, ob ich eine Software testen möchte, ob ich ein Service testen möchte oder sonst was irgendwie. Ich hab auch schon mal ein Video dazu gemacht, wo ich ein Mastering Service und so ein Online Mastering Service gegen echten Mastering Engineer laufen lassen habe, damals nicht dich, da kannten wir uns noch nicht. Aber kriegst du jetzt diese Woche dann eine Kooperationsanfrage, ob ich nicht mal den Service von, den Namen habe ich vergessen, testen möchte, die Stimmen rausrechnen aus Playbacks. Hab ich gedacht, da haben wir vor zwei Jahren schon ein Video zugemacht, Splitter, kostenloser Service irgendwie, weil die Technik, die dahinter steckt, die ist Open Source und dann gibt es halt Homepages, wo du das benutzen kannst. Im Prinzip auch so ein bisschen die Technik, die dann halt auch hinter Master Rebalance steckt irgendwie, nur eben nicht in einem Plugin, nicht so komfortabel, aber man kann durchaus damit die einzelnen Teile aus dem Song raustrennen. Also Schlagzeug, Bass, Keyboards, Gitarren und Vocals kannst du voneinander trennen, komplett kostenlos und krieg dir jetzt von denen die Anfrage, ob ich das mal testen möchte von denen. Hab das auch gemacht, hab tatsächlich einen Song von mir da mal reingezogen, weil ich empfehle ja nichts, was ich nicht ausprobiert habe. Und da reingezogen und gedacht, Leute, also Splitter vor zwei Jahren war schon besser als das, was sie da versucht haben zu verkaufen. So viele Homepages, wo du einfach deine Audio-Datei reinhaust und der rechnet dir da besser mal schlechter, wobei das weniger an den Algorithmen als an den Songs liegt. Ja gut, wenn ich dann 128 Kilobit MP3 hochlade. Ich hatte in meinem Fall jetzt aber tatsächlich ein 24-Bit-Wave-File hochgeladen. Also schon irgendwas, wo man denken würde, okay, da müsste jetzt, jetzt geht das Bestmögliche rein, da müsste auch die Ergebnisse sauber sein. Aber ja, entweder was schwieriges Material, aber es war auf jeden Fall nicht überzeugend und dann hab ich gedacht, ja komm, brauch ich gar nicht drüber reden. Hab ich ja schon drüber geredet und hab das dann zur Seite geschoben und hab dann heute Morgen, ich lese immer so eine Computerzeitung seit über 30 Jahren. Ich bin die ganze Zeit am Reden, du kommst überhaupt nicht dazwischen. Du hörst mir gerne zu. Ich höre auch mal gerne zu. Ging es tatsächlich in einem Bericht über künstliche Stimmen, die heutzutage immer mehr verwandt werden. Ja, vor allem bei Social Media, ja. Ja, die bei Social Media, aber auch von Nachrichtenportalen zum Beispiel benutzt werden, die regelmäßig Podcasts raushauen, die gar nicht mehr gesprochen werden. Das heißt, die haben einen Artikel, der sowieso in der Zeitung erschienen ist und dann haben die aber für, sagen wir mal, ein gewisses Geld, haben die eine Firma beauftragt. Pass auf, hier haben wir eine Sprecherin, wir haben hier 40 Stunden Audiomaterial von der, könnt ihr aus der mal eine künstliche Stimme machen. Dann machen die das und dann kannst du danach, wenn du das hast, diese Anfangsinvestition gemacht hast, kannst du innerhalb von 15 Minuten einen 4-Stunden-Podcast raushauen. Fertige Stimme, die Stimme ist natürlich auch im Prinzip schon perfekt gemischt irgendwie, weil die ist ja einmal perfekt gemischt gerendert worden und ausgerechnet worden, wo die dann tatsächlich, ich glaube bei dieser einen Zeitung, die hauen pro Tag irgendwie vier oder fünf Artikel raus darüber, die von bis zu 5000 Leuten fast bis zum Ende gehört werden, wurde das, also klar, die haben jetzt einmal großen Aufwand gehabt, das so zu machen, aber seitdem hauen die wirklich audio, gelesenen Audio-Content raus und kein Mensch merkt, dass das eine künstliche Stimme ist. Und jetzt könnte man ja noch sagen, diese eine Sprecherin, die sie da gerendert haben, okay, alles klar, die war damit einfach, die, ich weiß nicht, die Frau verdient ja kein Geld damit. Ja, mit den Lizenzen natürlich, ja. Ja, vielleicht, vielleicht kriegt sie eine. Die Sprecher verdienen ja über Lizenzen. Ja, aber wenn sie nicht selber spricht, früher war es ihre Dienstleistung und ihr Job. Ja, die Dienstleistung ist weg, aber die Lizenzen. Ja, so, wer weiß, ne. Ob sie darüber verdient, würde mich mal interessieren. Auf der anderen Seite habe ich dann gesehen, dass sie dann über so ein Projekt auch Albert Einstein zum Leben wiedererweckt haben. Das heißt, sie haben so einen geklonten Kopf irgendwie im Computer generiert irgendwie und die Stimme dann so weit resampt, dass Albert Einstein theoretisch widersprechen könnte. Okay, alles klar. Wo hört es auf? Kann ich demnächst den Recording-Blog auch virtuell als Podcast? Es weiß ja keiner, dass wir ja eigentlich hier gar nicht sitzen und wir auch gar nicht miteinander sprechen. Ach so, wir sitzen ja gar nicht hier. Deswegen haben wir ja auch diese klare Trennlinie hier zwischen uns. Ganz genau. Wie man im Bild aber nur sehen kann. Deswegen geht das auch nicht weiter. Wenn ich jetzt meine Hand hier hinhalte, dann, also ich komme ja nicht weiter. Wenn du die jetzt zu mir rüberschiebst, wird die abgeschnitten. Ja, genau. Kannst du das in der Post-Production machen? Ich könnte. Ich könnte tatsächlich. Ja klar, diese computergenerierten Stimmen oder AI, wie auch immer man das nennen möchte, das ist schon ein großes Ding und es wird doch immer besser werden. Für viele Sachen macht das mit Sicherheit auch einen Sinn. Eben Texte, die nicht in irgendeiner Art und Weise emotional vorgetragen müssen. Also sowas wie Nachrichtentexte oder Fachartikel oder so. Eine gewisse Emotion ist ja sogar drin. Das ist schon Stimmfarbe drin, die rein modelliert wird und so weiter. Aber natürlich, sag mal, jetzt ein Hörbuch könntest du damit nicht machen. Nein, da reden wir über eine andere Kunst. Wobei, da bin ich mir auch nicht mehr so ganz sicher. Weil bei dem Output, den Audible und so weiter heutzutage fahren müssen, also die zahlen eh schon kein Geld für Leute, die das lesen. Ich habe da nämlich mal einen Vertrag verhandelt für einen Künstler und war wirklich schockiert, wie wenig die zahlen für Leute, die ganze Bücher einlesen. Und wenn die sich jetzt über solche Mechanismen dann auch noch Geld sparen könnten, weil die einmal die Stimme von Robert De Niro abgesambelt haben irgendwie und die errechnet haben und dann liest er dir den Herrn der Ringe vor und das kostet dir einfach nur zwei Mausklicks. Das ist ja das Witzige. Jetzt, wo du das gerade sagst, ist mir das mal aufgefallen. Ich habe vorhin ein paar Mal so eine Werbung gesehen auf Social Media, wo du dann jetzt dir von der, also nicht hier, Hasselhoff oder hast du nicht gesehen, irgendwie auch so einen Werbetext einsprechen lassen kannst. Wo ich auch noch dachte in dem Moment, sag mal, haben die auch nichts Besseres zu tun, als dann für irgendeine scheiß 20 Sekunden Schnipsel in irgendein Studio zu fahren und was aufzunehmen. Aber wenn du dazu sagst, macht das natürlich Sinn. Von denen wurde einfach ein Stimmprofil erstellt. Ja, könnte. Tatsächlich, wobei es tatsächlich einen Service gibt, in dem dir Prominente eine Grußnachricht gegen Geld einsprechen. Das ist vor Jahren aufgekommen. Ich habe ja lange im Künstlerbereich gearbeitet und bin dementsprechend auch angefragt worden. Das ist so der Vorgänger von Onlyfans. Ja, so ungefähr. Nee, das ist eigentlich der Vorgänger, der Nachfolger von Frank Zanders Service Ich sing dir ein Geburtstagslied. Frank Zander hat ja ganz früh damit angefangen, CDs aufzunehmen, wo er dann, dieses Lied ist für Brigitte. Und dann, Brigitte, du bist die schönste Frau. Und so weiter. Ja, und dann diese personalisierten Happy Birthdays. Happy Birthday, liebe Erika. Happy Birthdays. Ja, ja, das haben wir extra aufgenommen für dich, das Lied. Na ja, aber Frank Zander hat ja das tatsächlich damals aufgenommen. Und das war tatsächlich, also für jeden Namen natürlich. Und klar, die Idee ist ja auch nachvollziehbar. Du hast ein Regal mit 5000 Namen drin und brauchst ja nur reingreifen, verschicken, 100 Euro, fertig, so. Finde ich absolut großartig. Und dann gab es danach aber dann irgendwann eine findige Agentur, die auf die Idee gekommen ist, B- und C-Klasse bis Z-Prominenz zu nehmen. Und dann spricht dir halt, ich will jetzt keine Namen nennen, nämlich spricht dir XY, spricht dir jetzt einen Gruß zum Geburtstag ein. Jetzt nicht Hesselhoff, wobei Hesselhoff auch schon C-Prominenz ist, wenn du mich fragst. Also mindestens. Also noch nicht Umlaut-Prominenz, aber auf jeden Fall C-Prominenz. Und da wurden dann in dieser Agentur, ja, da wurden halt Leute zusammengeholt, Schauspieler, die man schon lange nicht mehr gesehen hat, die man aber früher mal mochte und so weiter, die sich dann da halt ein kleines Nebenbrot verdienen können. Was ja okay ist, weil angesichts der Tatsache, dass es x-tausend arbeitslose Schauspieler in Deutschland gibt, die alle gerne genauso viel spielen würden wie der Bergdoktor, tun sie aber nicht, weil da immer gleich besetzt wird. Also klar, weil der Rolle des Bergdoktors nachvollziehbar, aber du siehst ja auch im Umfeld immer die gleichen Schauspieler, die müssen halt gucken, wo die bleiben und wo sie was verdienen. Und der Künstler zum Beispiel, der die Check24-Werbung aktuell macht, weißt du, wie der heißt? Wie meinst du jetzt? Da ist so einer mit dem Bart, der sitzt hinter so einem Schreibtisch irgendwie und dann erzählt er immer hier, die Werbung wird dir von Check24 präsentiert. Ich kenne nur den Schlagzeuger aus der Check24-Werbung. Okay. Na, den Künstler haben wir damals entdeckt mit unserer Agentur und ich habe das erste Intro für sein erstes Live-Programm geschrieben tatsächlich. Und dann ging es aber irgendwann nicht mehr, weil der Markt mit Comedians ist auch extrem voll und dann kamen verschiedene andere Dinge dazu. Auf jeden Fall ging für ihn die Rakete eben nicht so ab wie für einige andere, wie es auch im Musikbereich so ist. Du hast am Anfang einen guten Einstieg und dann geht halt die Rakete irgendwie nicht ab. Und du hast aber dein komplettes Leben schon darauf eingestellt. Natürlich nimmst du dann jeden Strohhalm, will ich jetzt gar nicht sagen, weil es ist ja eine hohe Präsenz. Der wird da sicherlich genügend Geld drüber verdienen. Aber als Stand-Up-Bar braucht er ja quasi auch nicht mehr auf die Bühne gehen, ne? Weil dann wollen die auf jeden Fall, was willst du da von so einem noch sehen? Was erwartest du da an Schreibtisch und eine blaue Check24-Werbung dahinter? Ja, keine Ahnung. Ja, finde ich gut. Also das ist der Teufel mit dem Belzebub austreiben quasi, ne? Wobei, Teufel mit dem Belzebub, ich habe gestern, ich höre nicht aufzureden, ne? Ich habe gestern Abend... Nee, ich merke das, ich komme gar nicht dazwischen. Wunderbar, ich habe gestern Abend Sträter gesehen, Thorsten Sträter. So, jetzt sind wir beim Thema mit Marc-Uwe Kling. Ja, genau. Haben wir zusammen gesehen, also quasi parallel zueinander. Nee, leider nicht. Ich habe nur gesehen, dass Marc-Uwe Kling zu Besuch war. Ich kann dir den gar nicht. Nee. Nee. Also die Känguru-Chroniken sind per se an mir vorbeigegangen, weil ich die Idee so beknackt fand. Lass das mal nicht meine Freundin hören. Die ist nämlich allergrößter Fan. Ja, ich habe die Scheibenwelt-Romane gelesen. Da bin ich vielleicht ein bisschen zu alt für die Känguru-Chroniken. Kann durchaus sein. Könnte ich deiner Freundin aber empfehlen auf jeden Fall. Die Scheibenwelt-Romane. Und kannte ihn aber jetzt nicht. Und jetzt saß er aber da und erzählte, also ich habe die Känguru-Chroniken geschrieben oder er erzählte Sträter und so weiter. Und dann merkte ich aber schon, der Bursche hat auf jeden Fall Humor. Den hat er auf jeden Fall. Und hat vielleicht einen Ballernkorb gekriegt und ist erfolgreich geworden. Ja, ist er ja auch. Ehemaliger Musiker, genau wie so viele Komiker. Kleinkünstler. Auf jeden Fall hat er, ich gönne ja jedem seinen Erfolg, finde ich super. Ich finde auch Grecks Tagebuch super, die Idee und was nicht alles. Also Kinderbücher. Das erste Buch hieß Grecks Tagebuch von Idioten umzingelt. Und dann so Strichmännchen gezeichnet. Ganz berühmt geworden danach. Mega. Ja, ich glaube die erfolgreichste Buchserie nach oder vor Harry Potter, korrigiere mich. Ja. Auf jeden Fall Marc-Uwe Kling. Und dann haben die halt aus einem von seinen Kinderbüchern zum Thema Aufklärung, musst du dir unbedingt angucken und jeder, der uns zuhört, auf jeden Fall auch angucken. Also Sträter. ARD Mediathek. Und dann lesen die beiden aus diesem Buch vor. Und ich bin echt schwer zu kriegen, was Lachen angeht. Also mich musst du wirklich schon richtig überraschen. Aber die beiden haben das so gut gemacht. Das war wirklich so lustig. Und auch das war so absurd beknackt, was da drin stand. Dass sie gesagt haben, okay, den Typen mag ich. Und der erzählte halt auch, dass er im ersten Film, dass er da das Drehbuch geschrieben hat. Und im zweiten Film hat er dann Regie geführt. Und dann kam die Frage, und? Wie war das so? Er sagte, es ist halt ein Unterschied, ob du schreibst irgendwie, Känguru betritt Flughafen oder du musst dafür sorgen, dass das Känguru den Flughafen betritt. Und die ganze Organisation drumherum. Wie fange ich das ein? Und wie sieht das aus? Und was nicht alles. Und alles, was ein Regisseur halt ableisten muss und so weiter. Und er hat, also er hat es nicht gesagt, aber ich glaube, er hat unterschätzt das, was die Aufgabe, die ein Regisseur, außer zu sagen, wie es geht, übernehmen muss. Also ich muss sagen, ich habe beide Filme gesehen, tatsächlich. Ja, finde ich gut. Der zweite Känguru-Film läuft, glaube ich, noch im Kino. Also wir waren vor, weiß ich nicht, drei, vier Wochen, habe ich ihn, glaube ich, gesehen im Kino in Aarhaus. Einen kleinen, schnuckeligen, wir haben nie in so einem schnuckeligen Kino. Also, weiß ich nicht, 50 Sitze? Okay. 60 vielleicht? Also wir haben noch nie in so einem kleinen Kinosaal gesessen. Musst du mal bei mir zu Hause vorbeikommen. Da freue ich mich drauf, aber da hast du mich ja bisher noch nicht reingelassen. So, auf jeden Fall, wo waren wir? Ah ja, genau, Känguru-Film. Das sind natürlich keine Hollywood-Filme. Also das ist natürlich, die Banalität des Inhalts spiegelt sich natürlich auch so ein bisschen in der Qualität wider. Ja, das sind jetzt keine 150-Milliarden-Euro-Produktionen, aber irgendwie gut gemacht. So, der erste Teil war irgendwie, fand ich total charmant. Ich fand den, also jeder Filmkritiker würde wahrscheinlich sagen, das ist eine Katastrophe, aber ich fand den halt total charmant. Einfach witzig, leicht zur Unterhaltung, ganz cool. Macht nichts kaputt. Halt so mit diesen typischen spitzenpolitischen Aussagen, irgendwie erste Regel des Boxclubs, wenn man einen Nazi sieht, muss man ihn boxen und solche Sachen. Aber das finde ich ja alles gut. So, und der zweite Teil, ich muss ganz ehrlich sagen, ich saß im Kino und hab die ganze Zeit so gedacht, nee, irgendwie nicht. Also schade. Also der zweite Teil meinst du? Ja, genau. Vielleicht war die Geschichte nach dem ersten erzählt. Ja, also selbst meine Freundin als totaler Fan, irgendwie von allen Büchern und alle Hörbücher und rauf und runter, gesagt so, ja, irgendwie manchmal so ein bisschen drüber einfach auch, so zugewollt und so ein bisschen diesen, ja, diesen Charme des DIYs so ein bisschen, so dieses, DIYs stimmt ja nicht, da ist auch ein riesen Produktionsteam dahinter und so, aber, ne, so ein bisschen verloren und halt zu statisch alles gemacht, ne. Aber Marc-Uwe Kling ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Typ, also Musiker tatsächlich, Sänger, auch die Filmmusiken sind ja auch von ihm zum Großteil. Okay, cool. Sänger, Gitarrist und er spielt sich ja dann auch da selber teilweise. Okay. Also, ne, genau, spielt sich eben nicht selber, sondern spielt den Gitarristen eine abgeheiften Coverband. Also sich selber. Kasi, die dann da auf irgendeiner politischen Veranstaltung da auf der Bühne steht. Ja, also ich kenne ganz viele Leute oder vermutlich 90 Prozent meines Freundes und Bekanntenkreises würden sagen, was ist das für ein Quatsch? Ich kann dir erklären, warum ich das nicht geguckt habe, weil ich habe das ja durchaus mitgekriegt, dass es erfolgreich ist. Also mir ist das, während du erzählt hast, gerade eingefallen, warum, ich bin ja im Comedy-Bereich seit 30 Jahren. Das klingt jetzt so, wie Opa erzählt vom Krieg, ne. Aber die Tatsache, dass ich seitdem nicht nur vorher schon viele Witze kannte und viele Gags kannte, sondern seitdem wirklich jeden einzelnen verpiepsten Gag mitbekommen habe und Gags da wirklich auf 15 Meter Entfernung rieche, 15 Kilometer Entfernung rieche. Ja, manchmal überrasche ich dich schon. Ja. War aber tatsächlich, dass ich, also auf der einen Seite, ich habe dann einen Trailer gesehen von dem Känguru und fand erstmal die Situation, oder ich habe das glaube ich im Deutschlandfunk gehört, dass es jetzt gerade kommt und fand die Situation so unglaublich konstruiert, dass ich, also das war für mich nicht absurd, das war einfach nur konstruiert. Ich brauche irgendwie eine absurde Situation, ein Känguru zieht bei einem Typen ein und ist radikal, so, in seinen Ansichten, so, fand ich, ja, hat mich persönlich nicht abgeholt, so. Und dann habe ich aber die ersten drei, vier, fünf Gags gehört und die kannte ich alle, weil die hatten alle schon so einen Bart. Jetzt kann man sagen, Generation Du, ihr kanntet die Gags nicht oder euch waren sie nicht so geläufig. Ich bin mit denen aufgewachsen. Das heißt, der hat mir in den ersten fünf Minuten keine neuen Gags erzählt, mich weder überrascht, der ganze Gegenteil hat mich gelangweilt. Das ist mir übrigens bei Zärtlichkeit mit Freunden auch passiert, als ich die mal gesehen habe. Kennst du gar nicht, ne? Zärtlichkeit mit Freunden ist so ein Duo, die auf der Bühne stehen. Der eine ist so ein abgefahrener Trommler, hat so eine komische Perücke auf, der Gitarrist ist so ein eher desinteressierter und die unterhalten sich zwischendurch so, als wenn das Publikum gar nicht da wäre und so weiter. Und die haben wir uns damals angeguckt und fanden die sehr spannend, im Prinzip, weil alle die gehypt haben und mich dahin, ich bin in der ersten halben Stunde eingeschlafen tatsächlich, weil ich die Gags alle kannte. Die waren mir alle zu hundert. Also, wie gesagt, Opa erzählt vom Krieg und ich will es auch gar nicht kleinreden. Ich will es nur darauf schieben, deswegen hat es mich nicht interessiert. Ja, es ist halt, hat dann nicht nur damit zu tun, klar, Gags kennen oder auch generell Sachen kennen. Es gibt ja auch Leute, die gucken sich zum 500. Mal irgendeinen Film an, den sie mitsprechen können. Den sie mögen, ja klar. Ich glaube, das ist ja auch viel, wenn man damit zu tun hat. Das ist ja wie bei uns auch mit Musik. Kannst du dich hinsetzen und wirklich machst dir, keine Ahnung, irgendeinen Song an oder eine Platte, setzt sie ins Wohnzimmer, gar nicht ins Studio, irgendwo hin und kannst einfach nur Musik hören. Wie lange kannst du das? Einen Song? Ich ziehe mal die Verbindung zu dem Ganzen. Ich rieche die Gags auf 15 Kilometer gegen den Wind, weil es gibt insgesamt glaube ich laut Lehrbuch gibt es sieben Gags. Und sieben Gags funktionieren dann in der Mechanik alle gleich. Das heißt, sobald du die Mechanik durchschaut hast, riechst du den. Du weißt schon, was kommt. Und Sträter hat mich gestern wieder überrascht mit einem, der richte sich über Wörter auf und das war auch alles bekannt. Er richte sich über über Credibility auf. Und als er dann auf Street Credibility kam, dann habe ich auch schon 40 Minuten vorher gerochen, dass der gleich kommt irgendwie, weil der lag da. Und dann sagte er, er richte sich, kam aber später irgendwie auf, ich mache die Wäsche. Das ist ja normalerweise nähen. Das heißt eigentlich, ich reinige die Wäsche zum Beispiel. Und den habe ich zum Beispiel nicht kommen sehen. Ich mache die Wäsche ist eigentlich nähen. Den habe ich nicht kommen sehen, weil der kam so schnell um die Ecke. Aber das ist so ein typischer Sträter, ne? Genau, der kommt so hinten rum. Und wenn du jetzt auf Musik kommst, tatsächlich kann Musik auch so nicht hören. Ich kann mich aber durchaus von Musik überraschen lassen und ich bin neulich tatsächlich überrascht worden, weil ich hatte wieder mal in meiner Vorschlagsliste im E-Mail-Postfach eine Empfehlung für zwei neue Mikrofone. Ja. Yay. Komm wieder, zwei neue Mikrofone. Super. Ja, endlich. Ja, ja, genau. Drüber stand aber Snarky Papi. Empfohlen von. Keine Ahnung, habe ich noch nie gehört. Snarky Papi. Geile Kapelle. So. Bin ich also bei YouTube rein, habe Snarky Papi eingegeben und da habe ich dann was überrascht. Und die gehen gerade richtig durch die Decke, ne? Alter Verwalter. Und da habe ich das absolut abgeholt, weil sagen wir mal, das Maß an Überraschungen war auf jeden Fall deutlich höher als bei vieler anderer Musik. Ich habe auf jeden Fall da gesessen und habe zum ersten Mal seit langem wieder meine Anlage genossen und einfach nur genossen denen bei der Arbeit zuzugucken. Allein die Tatsache, dass da zwei Schlagzeuger nebeneinander sitzen, die eben nicht gleichzeitig spielen, sondern sich abwechseln. Also zumindest in den Songs, die ich gesehen habe, haben die abwechselnd gespielt. Aber glaub mal nicht, dass du einen Unterschied hast du nur gehört, weil die Snare vielleicht von dem einen fetter war als von dem anderen. Die spielen teilweise auch gleichzeitig tatsächlich. Ich bin ja sowieso faszinierend, wenn zwei Schlagzeuger gleichzeitig spielen und es nach einem klingt irgendwie. Aber die Band war der mega Burner. Ich hatte nämlich kurz vorher eine andere Band entdeckt, die hießen ähnlich und ich habe den Namen vergessen, den muss ich beim nächsten Mal liefern. Die hatten auf jeden Fall ein Cover von einem Bee Gees Song gemacht. Eher so ein smoothes Jazz Cover, wo ich auch gedacht habe, ja zum x-ten Mal irgendwie, Staying Alive, genau, hatten die gemacht. Aber da war so ein hoch ambitionierter Keyboarder mit so einem Bart dahinter. Ich habe den Namen jetzt tatsächlich von der Kapelle vergessen. Martin Miller meinst du? Nein, 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 Martin Miller ist ja ein Bassist. Gitarrist. Martin Miller? Martin Miller Band. Da ist so ein Keyboarder, der steht umringend mit Zündis und so. Die Band finde ich gar nicht so gut. Weil der hat ja auch so einen Bart. Ja, die finde ich. Martin Miller Band findest du nicht gut? Weil? Weil die groven nicht. Was? Ja. Im Vergleich zu Snarky Pappy rufen die nicht. Boah, Alter, mal weiter. Ich bin da überhaupt pingelig, was das angeht. Aber... Ich glaube, da bist du eher blind, was das angeht. Wir hören uns gleich nach dem Podcast direkt zwei Sachen an. Alter, Martin Miller. Und dann berichten wir beim nächsten Mal, als Cliffhanger jetzt mal hier. Der Drummer, der gerade mit, mit wem auf Tour ist, weiß ich gar nicht. Vielleicht verwechsel ich die Band auch. Es gibt auf jeden Fall so eine Band, die ist fest aufgebaut in so einem Raum. Ja. Und da denke ich jedes Mal, mir fehlt so ein Prozent fehlt mir noch so. Okay. Alles klar. Ich glaube kaum, dass du die meinst. Aber wir werden das gleich evaluieren und beim nächsten Mal vielleicht auflösen. Vielleicht. Vielleicht. Wir brauchen einen Cliffhanger. Achso, ja stimmt. Cliffhanger. Aber es gab halt diese eine Band und da war dieser Keyboard mit diesem Bart dabei. Und das war halt dieses Cover von Staying Alive, wo ich dann auch zum ersten Mal seit langem wieder gedacht habe, da ist aber jemand richtig beieinander. Und das ist... Beieinander? Ja, das ist so. Es gibt so Bands, die wollen das auch, aber die kriegen halt dieses letzte eine Prozent nicht hin. So wie Martin Miller. Wer wäre gar nicht überprüfen. Und auf der anderen Seite, weißt du, das war halt in so einem Club aufgebaut irgendwie. Also es war eigentlich ein Club, der sowieso schon viel zu klein war für diese riesige Band. Wo die da alle sitzen, dann auch das Publikum? Dann sitzt das ganze Publikum und da hat Kopfhörer auf. Ja, genau. Wo ich dann gedacht habe, das kann doch wohl nicht mal sein. Die haben alle Kopfhörer auf. Das ist ja Irrsinn. Und der Sound war irrsinnig gut. Ja, und die Mucke haben ja auch alle in ihr drin. Ich wette, in dem Raum hast du wirklich nur Schlagzeug gehört. Die Band war irre gut. Die Bläser, das war alles, das war auf den Punkt irgendwie auch mal die gemeine Note gespielt, die du nicht erwartest und so weiter. Also ich war zum ersten Mal seit langem wieder, dass ich einfach nur gesessen habe und begeistert einer Kapelle beim Musik machen zu, die sich nicht angestrengt hatten, die alle Lächeln im Gesicht hatten und die einfach alle nur Spaß hatten miteinander Musik zu machen. Das war wirklich beeindruckend. Die gehen auch gerade sehr durch die Decke. Irgendwie so, was Aufrufe und so angeht und sowas. Deswegen wundert mich das nicht, dass die jetzt irgendwie dann auch präsentieren, Mikros präsentieren oder weiß ich nicht. Ich hatte das vielleicht vorher schon mal irgendwo gelesen, aber nicht wahrgenommen. Aber wie gesagt, eingegeben bei YouTube und vielleicht war jetzt auch das passende Video für mich dabei oder der passende Song. Nee, nee, da ist wirklich, da kann man sich länger mit beschäftigen. Ich bin ja aufgewachsen mit Koinonia. Ich weiß nicht, wer sich daran noch erinnert. Able Boreal ist der Bassist von Koinonia gewesen. Das war im Prinzip so eine Fusion-Jazz-Band irgendwie, die so in den 80ern, die Platten habe ich noch, Sound gemacht haben, der dem nahe kommt. Auch so anspruchsvolle Musik, aber jetzt nicht zu muckerige Muckermusik. Das ist schon Muckermusik. Also Musik, die jetzt nicht den Standards folgt irgendwie. Aber Able Boreal, der Bassist, von denen unter anderem deswegen fasziniert, weil dem eine Fingerkuppe fehlte und ich mir gedacht habe, wie kann man mit der fehlenden Fingerkuppe trotzdem so geil spielen. Aber ich meine, letztendlich, James Jameson hat auch noch mit einem Finger gespielt. Deswegen hatte der wahrscheinlich einen etwas weicheren. Ja, wahrscheinlich. James Jameson hat ja nur mit einem Finger gespielt, mit The Hook, mit dem Zeigefinger. Deswegen hieß der auch The Hook, der Finger. Weil der immer nur, da musst du immer alte Motorn-Sachen anhören, die James Jameson gespielt hat. Da hörst du Läufe, die würdest du mit vier Fingern nicht hinkriegen. Die hat er mit einem gespielt. Totaler Irrsinn. James hat übrigens einen Fender Precision Mask gespielt, einen frühen, also seiner aus den 50ern wahrscheinlich und einen B15N Ampeg Amp, die ich auch beide zu Hause habe. Also den Precision und den Ampeg. Ich habe also den perfekten Sound. Und mit diesem perfekten Sound aus dem Bass, den ich demnächst wieder mal einhusten werde, verabschieden wir uns hier aus dem Storia Mastering Studio. Mit der Folge DAW-Versteher Jonas und ein kleines bisschen Björn zwischendurch. Da siehst du mal, wenn wir uns vier Wochen nicht sehen, habe ich viel zu erzählen. Ich hatte nur am Anfang überlegt, worüber reden wir wollen oder wieso. Ich habe dann nicht mal ein neues Plugin ausprobiert, aber selbst das haben wir abgehandelt. Unglaublich. Nächstes Mal drehen wir es um. Da ist dann der liebe Björn dran, erzählt von seinem Alltag. Da höre ich mal zu. Mal gucken, ob das klappt. Also muss ich jetzt viel erleben in den nächsten zwei Wochen, weil ich muss ja auch die ganze Lebenserfahrung und Lebenszeit mit aufholen. Das schaffst du. Ja. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und jetzt habe ich doch tatsächlich verpasst, darauf hinzuweisen, dass wir ab sofort auf einem neuen Kanal stattfinden. Das mache ich jetzt am Schluss nochmal eben dabei. Ach so. Das heißt, der DAW-Versteher-Podcast, jetzt am Schluss nochmal erwähnt, zieht um auf den YouTube-Kanal. Also wenn du uns jetzt nicht nur hören, sondern sehen wolltest. Zieht um auf den YouTube-Kanal DAW-Versteher-Podcast. Wenn du den also nicht verpassen möchtest und demnächst keine Folge mehr verpassen möchtest, dann bitte jetzt hier direkt abonnieren. Da, wo du es jetzt gerade findest, eingeblendet und dann sehen wir uns da demnächst wieder. Die nächste Folge wird noch zum Teil hier auf diesem Kanal ausgestrahlt und dann aber nach zehn Minuten abgebrochen. Dann schicken wir dich rüber zum DAW-Versteher-Kanal. Auch unglaublich. Crazy, ne? Wir ziehen um, Björn. Was alles möglich ist, das ist unglaublich. Wir ziehen um. Interessiert jetzt ja auch nur die Leute, die uns zusehen. Für alle anderen. Ja. Wir bleiben natürlich unter der gleichen Adresse zu finden. Ja. Also nur der YouTube-Kanal zieht um. Aber für den YouTube-Kanal, wir werden einen Nachsendeantrag da lassen. Ja. Also, ihr werdet uns finden, in welcher Form auch immer, aber wir werden euch weiterhin sonntags beim, was habe ich jetzt alles gelesen, Frühstück. Mittagessen. Na ja, genau. Hallo. Da auf jeden Fall. Kaffee und Quarkbällchen gibt's jetzt. Ja, gibt's jetzt. Und schalten Sie auch ne übernächste Woche wieder ein, wenn unser Freund Björn Stüter sagt. Ach, sind wir schon wieder nichts vorbereitet. Ja, Nachsendeantrag ist raus. Nachsendeantrag ist raus. Nachsendeantrag ist raus. Viele Grüße, das muss ich jetzt aber noch sagen, an die lieben Leute vor den Rundfunk-Empfangsgeräten. So ist es. Ciao. Jassas. Jassas. Entschuldigung. Nein, alles gut. Ich hab so viel geredet. Ist doch nicht schlimm. Was ist denn drin? Ja.